Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es um das Thema You are 30 Dow Jones, Erwartungen getroffen, ebenso Bitcoin. Schauen wir uns gemeinsam an, wir haben den heutigen Tag nicht getradet. Wir erklären auch gleich warum. Bitcoin Futures ebenso, erste Gaps sind gefüllt, alles direkt nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es um das Thema You are 30 Dow Jones, Bitcoin, Bitcoin Gaps Futures und Quant haben wir mitgebracht. Auch hier, wie erwartet, eingetroffen. Wir haben den heutigen Handelstag nicht teilgenommen am Trading. Man kann auch nicht jeden Tag traden, sondern muss auch manchmal die Situation einfach abwarten und nicht jede Bewegung mitnehmen. Und ja, an dieser Stelle starten wir direkt los. Für alle nochmal als Reminder, wir haben jetzt noch zwölf Tage etwa bis zum Monatsende. Das heißt, wer den Kryptokurs noch vergünstigt kaufen möchte, hier haben wir noch mit dem Rabattcode MaryXmas. Danach wird der Gutscheincode nicht mehr gültig sein und der volle Preis für den Kurs ist an dieser Stelle zu erwarten. Und ebenso, wir nehmen alle an die Hand, die hier diesen Absolventenkurs absolviert haben. Und danach, auch für Anfänger, gibt es Zoom-Calls, wo wir Fragen beantworten und auf alle eingehen, sollte noch jemand Fragen zum Thema Trading, zu dem Kurs etc. haben. Starten wir direkt los. You are 30 Dow Jones. Wir haben gestern darüber gesprochen oder vorgestern, dass wir hier dieses schöne Invert Head & Shoulders Pattern abarbeiten. Und nun sind wir direkt hier auf unserer türkisen Linie, haben wir den Widerstand. Sie sehen es an dieser Stelle hier. Hier drüben ist dasselbe Szenario und auch dasselbe erwarten wir nun hier. Das heißt, auch hier gehen wir jetzt nicht davon aus, dass wir hier raketenmäßig sofort wieder hoch starten, sondern wir gehen jetzt hier von so etwas aus, auch hier so etwas wird es dann sein. Dann gibt es wieder eine Fischer-Candle und von dort geht es dann nach oben. Wer das Ganze mit traden möchte, kann auch hier entsprechend die Fischer-Candle traden hier. Und dort ist es dann ein Long-Einstieg möglich, unserer Meinung nach, für den Dow Jones. Denn wir erwarten dann Anstiege, übergeordnet schauen wir uns das Ganze mal an. Von hier, von dem Gap jetzt mal, by the way gesprochen, etwa hier von dem WIC, sind es dann 8%. Das heißt auch hier, sehr schöne Bewegung für den Dow Jones. Und wenn der Dow Jones um 8% steigt, dann wissen Sie auch, was die Kryptos machen. Und da kommen wir jetzt auch gleich mal dazu zu sprechen. Wir schauen uns das Ganze nun im Bitcoin-Chart an. Wir gehen weiter hier davon aus, von weiterer Upside. Wir haben auch keine Panik hier, dass wir tiefer kommen. Wir haben hier unsere Resistance reinbekommen. Wir können natürlich hier direkt abverkaufen, ganz klar, wie bereits gesagt heute. Aber unsere Primärerwartung bleibt, dass wir erstmal Anstiege sehen werden. Und die Anstiege sind hier im Bereich der 22.000 bis 23.000. Und hier unserer Meinung nach, in dem Bereich, ergibt sich dann irgendwann mal einen Short. Aber aktuell sehen wir das noch nicht. Viele Charts sind noch bullish. Nichtsdestotrotz können wir auch hier direkt nach unten fallen. Das ist unser sekundärster Szenario. Nach wie vor, wir bleiben dabei, weitere Anstiege primär. Und dann schauen wir uns noch hier das Thema an. Bitcoins historisches Kaufsignal. Wir zeigen Ihnen nun die Hash-Ribbons-Indicator, die immer richtig lagen in der Vergangenheit und niemals daneben lagen. Ja, wir zeigen Ihnen nun entsprechend diesen Indicator. Wir haben es neulich mal kurz angepriesen, haben es dann nicht auf den Chart gebracht. Der ging vor ca. 3-4 Tagen, ging der ca. an hier. Das ist ein Wochen-Chart. Hier Bitcoin-Wochen-Chart und wir schauen es uns jetzt mal an. Hier ist der Indicator angegangen und danach ging es mit Aufstiegen los. Auch hier Anstiege, hier Anstiege, hier hatten wir das Ganze nochmal, Anstiege. Und nun stehen wir hier und wir gehen von weiteren Anstiegen aus. Wir möchten Ihnen nun mitteilen, dass unsere aktuelle Meinung sogar so weit reicht, dass wir sagen, wir könnten so ein Szenario wie hier reinbekommen. Das heißt, dass wir hier nach oben gehen, korrigieren und dann sogar bis auf die 50.000 zugehen, bevor wir dann hier wieder stärker korrigieren. Das ist mein aktuelles Szenario, wo wir wirklich sehr stark sehen. Ob Sie es jetzt glauben oder nicht, wir sehen aktuell wirklich viele bullische Zeichen. Es gibt natürlich auch bärische Zeichen, ganz klar. Aber irgendwann ist das ganze Berentheater und der Honig auch mal vorbei und auch mal gegessen. Und dann sollte es mal wieder in die Bullenparty gehen. Deswegen auch hier, seien Sie nicht zu bärisch. Unsere Meinung, wir haben so tolle Einstiege Ihnen mitgeteilt. Veracity hat es schon über 100% gemacht und ganz, ganz viele Coins. Wir möchten nochmal vielen gratulieren und danke für die Zuschriften sagen, die uns mitgeteilt haben, dass sie anhand der Einstiege auch gute Gewinne erzielt haben. Auch das freut uns natürlich. Wir liegen auch nicht immer richtig. Wir haben auch Fehlprognosen. Das ist menschlich und niemand ist perfekt. Aber wir hoffen, dass wir Ihnen täglich sehr, sehr guten Mehrwert mitgeben können. Deswegen lassen Sie dem ganzen Video bitte einen Like da. Herzlichen Dank dafür. Und dann schauen wir uns noch die Futures an. Da hatten wir drüber gesprochen. Dieses Gap, das ja entstanden ist, dann entsprechend übers Wochenende. Und dieses Gap wird sehr, sehr gerne dann auch immer mal abgeholt. Und wir haben nun gesehen, dass wir hier das Gap mal zumindest zu einem Teil abgeholt haben. Das unterste Gap hier liegt bei 19.900, was nicht heißen soll, wenn wir uns nochmal unser anderes Szenario hier anschauen. 19.900, 300. Sie sehen das hier in dem Bereich, in dieser Box. Das ist auch absolut in Ordnung, wenn wir jetzt hier sagen, wir steigen hier erstmal an und holen uns dann nochmal die Box ab. Auch das ist natürlich ohne Probleme erlaubt. Jetzt schauen wir uns noch gemeinsam Quant an. Wir müssen jetzt nur kurz schauen, welcher von den Charts Quant ist. Vermutlich dieser. Korrekt. Wir haben es mit Ihnen mitgeteilt. Wir haben gesagt, Quant wird nun ansteigen. Wir haben nach wie vor, wir gehen jetzt mal kurz hier auf den Tageschart. Wir gehen hier nach wie vor von den Anstiegen auf 170 aus. Korrekturen und dann geht es für uns weiter. Und auch hier haben wir, können Sie gerne unser Video anschauen, von Quant, was wir gestern, vorgestern rausgebracht haben. Dort haben wir gesagt, Anstiege bis in diesen Bereich und dann werden wir hier korrigieren. Das sind für uns neue Einstiegsbereiche. Deswegen haben wir das auch Einstieg hinterlegt genannt, das Video. Und Sie sehen, Einstieg hinterlegt für uns. Und Quant hat für uns, so wie der ein oder andere Coin, bereits jetzt nun das ganze Thema abgeschlossen. Zielbox könnte hier bereits weiterziehen. Unsere persönliche Meinung zum Thema Quant, Zielbox und weitere Einstiege. Wir bleiben primär auch dabei, dass wir weitere Einstiege verzeihen. Sekundär ist natürlich auch dieses Szenario, sollte Bitcoin sich doch entscheiden, tiefer zu kommen. Natürlich hier in diesem Bereich, aber wir gehen davon aktuell nicht aus. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein Szenario, das aktiv ist. Wir zeigen dir gerne beide Szenarien, aber wir gehen von Weinen Anstiegen aus. Denn mit dem Bruch von der 130er Marke, die für uns auch sehr relevant war, wir haben es hier nicht geschafft, wir haben es hier nicht geschafft und haben es jetzt nun hier drüber geschafft und dann haben wir das schöne W-Pattern, das heißt für uns auf dem Tageschart sehr, sehr stark und signifikant sehen wir die Anstiege hier im Bereich der 160, 170 gut ansteigen bei Quant. Und dann gegebenenfalls wird das so sein wie hier. Wir steigen an, korrigieren und steigen an, korrigieren und können ansteigen. Und Sie sehen schon, was sich dann bildet. Richtig, wir könnten hier wieder eine Parabola reinkriegen. So viel mal dazu, wir möchten dann bei Quant Ihnen noch mal was mitteilen. Und zwar Quant hat entsprechend auf dem Wochenchart, Sie sehen das hier entsprechend, sein All-Time-High nach Abschluss dieser übergeordneten 3. Das ist eine starke 3. Das heißt, Sie haben hier dann eine 3 in einer möglichen 4, vielleicht so, so in diesem Bereich, und dann haben wir schon eine starke 5. Und wir sehen das nun, das möchten wir Ihnen gerne zeigen, mit der 5 übergeordnet, kommen wir dann schon in die Regionen des All-Time-Highs. Das heißt, ganz wichtig, wenn wir im Bereich der All-Time-Highs sind, Sie sehen das, wir haben hier übergeordnet, keine weitere Zone mehr. Alle, die den Crypto-Trading-Kurs gemacht haben, wissen nun, was Blue Sky bedeutet. Das haben wir ausführlich erklärt. Und auch Anstiege, wie das hier aussieht, Anstiege, wenn es hier ins Nirvana geht und niemand weiß, wohin. Auch dazu gibt es Szenarien, wir warten nun ab und wenn Quant so sich einhält, wie es entsprechend ist, können wir jetzt schon mal sagen, ist die nächste markante Nummer für alle 500. Und nach diesen 500 geht es für uns weiter stark, Richtung 1000 bei Quant. Ja, das heißt, nehmen wir die 500, sehr markant, auch da gibt es ein Szenario, wir haben vieles erklärt im Crypto-Trading-Kurs, warum das so ist. Und dann sehen wir weitere Anstiege bei Quant, dass Sie mal das ganze Szenario nun mitbekommen haben. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch Folgendes, wenn wir hier einen Fünfteiler hier oben übergeordnet haben, dann haben wir hier gegebenenfalls so eine Korrektur wieder und dann wieder Anstiege. Und was sehen Sie dann im Gesamten bereits richtig? Dann haben wir hier ein wunderschönes Cup-and-Handle-Pattern. Und jetzt können wir auch schon mal etwas in die Zukunft blicken, wenn wir die Spitze mal auslassen und nur das untere nehmen, dann können wir Ihnen zu Quant mal direkt mal mitteilen, dass wir hier bei Quant, schauen wir uns das Ganze mal an, bereits bei 670 Dollar liegen dann in den weiteren Aufstiegen nach dem Bereich. Das heißt, wir gehen einmal davon aus, dass wir vermutlich einmal hier nochmal touchen, mindestens einmal, wenn wir hochkommen. Das heißt, alle, die diesen Anstieg verpasst haben, hier hoch und hier unten nochmal einsteigen möchten, ist das für uns unsere letzte Zone etwa. Und so sehen wir Quant, dass er es sich ausspielt und sollte es sich so ausspielen, dann freuen wir uns natürlich. Aber so wäre ein mögliches Szenario bei Quant. Und ja, wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend. Hoffen, wir konnten Ihnen wieder viel mehr mitgeben. Lassen Sie dem Video einen Like da. Herzlichen Dank und schönen Abend bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Ciao.